Wir kommen zur Stadtnummer 15 und die wird getragen von Simon Willibald vom SC Pappenkirchen. Wir kommen zur Stadtnummer 17, Nando Riemann vom WSV Frauenlager. Wir kommen zur Stadtnummer 19, Janne Holz vom SC Degenfeld. Wir kommen zur Stadtnummer 33, Max Unglaube vom WSV Frauenlager. Mit der Stadtnummer 32 erwarten wir Simon Föhringer vom SC Hinterzahn. Alex Reiter trägt die Stadtnummer 39 und startet für den SC Oberstdorf. Stadtnummer 34, Otto Maus vom WSV Isni. Wir kommen zur Stadtnummer 5 und das ist Delina Kölle vom SC Degenfeld. Stadtnummer 6, Johanna Eberle vom SC Oberstdorf. Und mit der Stadtnummer 7 folgt jetzt Annafei Schaufenberg vom SC Motor Zellamelis. Mit der Stadtnummer 43, Emanuel Schmidt für den WSV Oberaudi. Und mit der Stadtnummer 40 wird diese eingeleitet von Luca Geier vom WSV 08 Lauscha. Und wir kommen zur Stadtnummer 46, Adrian Tüttel, ebenfalls SG Nickelhütte, Emanuel. Ronja Drax mit der Stadtnummer 9 für den SC Pottenkirchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir kommen zur Stadtnummer 2, Luca Geier vom WSV 08 Lauscha. Mit der Stadtnummer 8 ist jetzt Erik Heuer am Start für die SG Nickelhütte, Emanuel. Mit der Stadtnummer 4 erwarten wir Emanuel Schmidt, WSV Oberaudi. Und wir kommen zum dritten Team. Stadtnummer 3, 1, Clara Lebel, Skiverband Sachsen. Mit der Stadtnummer 3, Strich 2, Kim Emi Duschek für den Skiverband Sachsen. Wir kommen zur Stadtnummer 2, 1, Nadine Färber für den Bayerischen Skiverband Erste Mannschaft. Stadtnummer 2, 2, Lara Günther, VSC Klingenthal, Skiverband Sachsen. Stadtnummer 1, Strich 1, Selina Kölle für den Skiverband Baden-Württemberg. Stadtnummer 1, 2, Amelie Neubann, Skiverband Baden-Württemberg. Wir kommen zur Stadtnummer 11, 1, Kulu, Holland, Team Thüringen 1. Mit der Stadtnummer 11, 2, kommt jetzt Erik Stolz für das Team Thüringen 1. Wir kommen zur Stadtnummer 11, 3, Luis Günther für das Team Thüringen 1. Und das Team 11, vierter Mann ist Bruno Brehm für Thüringen 1. Stadtnummer 10, 1, Elias Meicher, das Team Bayerischer Skiverband 1. Wir kommen zur Stadtnummer 10, 2, Lukas Leitler für den Bayerischen Skiverband Erste Mannschaft. Wir kommen zur Stadtnummer 9, 1, Simon Föhringer Skiverband Baden-Württemberg. Wir kommen zur Stadtnummer 9, 2, und das ist Janne Holtz, Skiverband Baden-Württemberg. Die Stadtnummer 9, Strich 4 wird getragen von Otto Maus, Skiverband Baden-Württemberg. Die 5, Strich 1 ist die Stadtnummer von Gregor Dietrich. Die Stadtnummer 5, 2, Amadeus Horn-Gaffer. Team 5, dritter Springer, Julian Hölmer. Die Stadtnummer 5, Strich 4, Nando Riemann. Damit kommen wir zum Teamnummer 6, erster Springer, also die Stadtnummer 6, Strich 1, Max Mundlaube. Die Stadtnummer 6, 2, Radu Burka. Stadtnummer 6, 3, Lukas Nellen Schulte. Und wir kommen zur Stadtnummer 6, Strich 4, Robin Klaus. Musik 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 If you got no time, work smarter than ever Don't ever let them tell you that you can't ever say never And turn your mind into the truest of go-getters Never stop, forget it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top, yeah You know I'm always honest There ain't no way I'm never stopping I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top, yeah I won't quit, keep going till I got it Magdalena Bogor vom SC Partenkirchen Wir kommen zur Stadt Nummer 21 Und die trägt Majalu vom VSC Klingenthal Trägt die Stadt Nummer 24 Anne Heckel und ist ebenfalls für den VSC Klingenthal Hier auf der Schanze Die Stadt Nummer 37 ist nun oben Ansgar Schub für den TSV Buchenberg Mit der 38 Moritz Terai WSV Bad Freienwalde Ich bin der Stadt Nummer 39 Jonathan Brebert für den WSV Oberautos Der nächste heißt Kenny Schönfelder mit der Stadt Nummer 44 Startet für den SV Startet für den SV SSV Geier Mit der Stadt Nummer 45 Sehen wir jetzt Sins den Buggers vom SC Rückershausen Machen Johann Unger mit der Stadt Nummer 47 VSC Klingenthal Mit dem gelben Leibchen und der Stadt Nummer 9 Nick Siegemont vom VSC Klingenthal Mit der Stadt Nummer 4 folgt Nick Schönfeld vom VSC Klingenthal Mit der Stadt Nummer 12 Die dritte im Bunde So wollte ich sagen In der Klasse der Damen und Juniorinnen Marie Nering vom SK Winterberg Willkommen zur Stadt Nummer 11 Sophia Maurus vom TSV Buchenberg Und der Stadt Nummer 10 Sehen wir jetzt Maria Gerbaut vom WSV Schmiedefeld I won't give up till I'm on top of it I'm always starting with pain She like to hurt me and maim I'm always working to change But she's still lurking the same I keep on building a dynasty While the haters be trying me But they hate from inside you She hate themselves in society So I let them speak quietly While my actions speak wider See they be hiding in privacy With the screen over the irony To a someone who's trying to be Whatever they would like to be We all feel the anxiety We make our wrong rivalries Yo, so where's all the positivity? I feel like we all just hate on everything It's killing me Thoughts build quick Causing different possibilities Negative thoughts will cause Different disabilities So do better Work hard under pressure If you got no time Work smarter than ever Don't ever let them tell you That you can never say never And turn your mind Into the truest to go getters Never stop Forget it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit Keep going till I got it I won't give up Till I'm on top Yeah You know I'm always honest There ain't no way I'll never stop it I won't quit Keep going till I got it I won't give up Till I'm on top Yeah Yo I ain't the type to give up If I do something man I do it till I get what I want I turn a business out of nothing Into something I love I gotta poke a dog Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020